Die zentralen Punkte für mich wären Flexibilität und Freiraum. Flexibilität im Studium, bei der Belehrung von Kursen, um sich selber persönlich besser fortbilden zu können, beziehungsweise sich selber seinen eigenen Rahmen bilden zu können für die wissenschaftliche Fortbildung, was für mich Hochschul ist, gleichzeitig aber auch Freiraum, um sich engagieren zu können in verschiedenen Initiativen. Da wäre es dann natürlich wichtig, Platz zu schaffen, um zum Beispiel das Engagement in Initiativen mit dem Studium verknüpfen zu können. Das geht in der katholischen Uni zum Beispiel bei Thun, ein ganz gutes Beispiel, aber es ist noch nicht sehr weit fortgeschritten. Da haben wir momentan immer noch das Problem, dass Engagement immer Zeitaufwand bedeutet und dieser Zeitaufwand aber mit dem Zeitaufwand kollidiert, die Studierenden für das Studium benötigen. Und da wäre es mir wichtig, oder hätte ich gern, dass da Freiraum geschaffen werden, Platz geschaffen werden, um beides zu kombinieren.